Ja, ich will aber eben noch irgendwie in eine Gaststätte. Oh, ich dachte bei dem könnte man vielleicht schmieden. Krummsäbel. Reitschwert. Haube. Haube. Oh, Waffenverbesserung. Wenn du die erforderlichen Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Erwege deine Waffen, entsprechend deiner Stufe und deiner Kampfstil zu verbessern. Schmiedestil. Es wird verschiedener Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt und jeder führt zu einem anderen Ergebnis. Wie einer moderaten Allgemeinen oder eine signifikante Anstieg in Magie oder Maffee, den Stil erwäßt deine Waffe. Okay. Was hast du im Angebot? Plattenharnisch. Wächterplattenharnisch. Kettenharm des Jägers. Kettenharm des Jägers. Okay, Sachen verkaufen jetzt. Reisestein. Reisestein. Krieger. Erzmagier. Reisestein. 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 Werferschutz ist schon ganz Kaskadenschutz. Reisestein. Reisestein. Okay. Nice. Reisestein. 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 Was ist das hier? Oh, geil. Endlich eine Gaststätte. Was ist das hier? Oh, nice. Ja, weiß ich. So, ich will jetzt die Mission eben mit dem Ding ins Kirchen machen. Ich will jetzt die Mission. Dankeschön. Das ist eher, ich bin maximal verwirrt und... Äh, ja. So, genau. Also, mir geht's soweit ganz gut und... Danke, ich versuch grad einfach nur zu spielen und... Ja. Es gibt jedoch hin und wieder Überfälle auf Ochsenkarren und auch Monsterangriffe. Daher ist es stets ratsam, kampfbereit zu sein. Nur für den Fall. Ja, das hab ich schon festgestellt. Ja, sorry. Ähm... Heute seit, äh... 15 Uhr und sonst seit dem 1.1. Ich hab keinen eigenen Discord. Ich hab zwar einen Discord-Account, aber keinen Discord-Server oder sowas. So. So. Oh. Zeit ist ein stetig fließender Fluss in dieser Welt und die Aktivitäten und Verhaltenweise ihrer Bewohner reflektieren dies. Leute bleiben eher nicht den ganzen Tag am selben Ort und tauchen eventuell nur morgens, nachts oder mittags auf. Um die Zeit verstreichen zu lassen, kannst du entweder in einer Gaststätte bleiben oder einen speziellen Sitz nutzen, die draußen an bestimmten Stellen zu finden sind. Bei Einbruch der Nacht kannst du bloß den Boden vor deinen Füßen sehen und die Dunkelheit ruft furchterregende Monster auf den Plan, die man bei Tag nicht sieht. Erkunde die Wildnis nach Sonnenuntergang auf eigene Gefahr und sorge dafür, dass du eine Laterne im Gepäck hast. Manche Gegenstände, die gesammelt werden, können verändern sich mit der Zeit, in der sie reifen und schmackhafter werden. Es gibt auch solche, die, wenn sie genau richtig altern, nützlich bei der Kombination von Materialien werden. Besonders rohe Gegenstände solltest du jedoch im Auge behalten, da es unangenehme Nebeneffekte haben kann, etwas zu verzehren, das seine beste Zeit hinter sich hat. Okay. Gewisse Objekte und Strukturen, die durch deine Angriffe zerstört werden können, erneuern sich, nachdem eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Gleichermaßen wachsen Früchtebären und andere Flora, die gesammelt werden kann, nach einiger Zeit nach. Oh mein Gott, wieso werden wir von einem Troll angegriffen? Ja, und wir werden dann auch noch von... Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ähm... Dann haben wir den letzten Speicherpunkt. Ah, was ne Kacke. Danke, Z Clone! Ever etwas gemacht? Oder Habe ich jetzt mein ganzes Kram entleert oder ist das... Jaaa. Versuchen wir nochmal unser Glück. Versuchen wir wieder. How about this? So, das hatten wir schon. Dann fahren wir doch mal los. Und einlegen. Okay, das hatten wir auch schon. Okay. Ausstieg. Okay. Und hopp. Und weiterfahren. Nice, wir sind in Melbourne angekommen. So, dann suchen wir mal Lennart. Okay. 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 Das wäre cool, wenn sich das nach und nach wieder aufbauen würde. Ich wollte gerade fragen, sind denn alle anwesend, aber ja, sind sie. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Oh, Gandalf. Danke. Okay. und wieder zurück ok dann kehren wir wieder zurück ok meisten karen fahren frühmorgens los aber falls du zu spät oder zu früh und kannst du dir bis zur nächsten abfahrt ok und wo ah Ganz gut. Einsteigen. Einsteigen. Und einlegen. Oh. Mal in einer... Hallo. Ah, zurück. Wie warst du auf der Reise nach Melv? So, wie sieht der Stream aus? Ganz nett. So. Ja, dankeschön. Oh. Bergmannshose. Bergmannshose. Okay. Oh. Oh. Okay. Da ist ein Hypogreif. Oder ein Greif. Oh. 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 Ich bin nicht bereit, mich zu schrauben. Wir haben keine Hoffnung, dass wir alle Fähigkeiten haben. Wir müssen alle Fähigkeiten und Fähigkeiten nutzen. Nun, ich muss. Jauuu! Wie soll man denn dann gegen ein Okay Alter Schwede Das war geil Kommt der wieder So Wir sollten mit dem Schmied sprechen Ja Westlichen Straße Okay Ja Nice Hoppfer erst Oh Okay Wait a minute Das sind nice Sachen. Okay. Oh. Ja, nice. Was hast du denn? Welcome and well met. Don't think I've forgotten your discount now. Unlock a few gold pieces. I'll afford you buy. So spend away. Verzierte Dose. Das ist alles, was er verkauft? Okay. Westliche Straße. Hier irgendwo. Oha. Oha. Dann machen wir das doch mal. Ein Schmerzschuss. Schauen wir uns, ob wir unseren Weg nach oben machen können. So. Ah, das Fisch zum Trocknen. Uferfisch. Giftensud. Rinde einer Bergbuche. Oh, da oben müssen wir lang, okay. Okay. Oh. Oh. Oh, hier gibt's ein Friseur. Ah, aber hier können wir mal eben uns hinsetzen und vielleicht bis Tagesanbruch fahren. Oh. Vielleicht sollte ich noch eine Runde schlafen. Oh, die Sight of Yon-Ox-Cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Hmm. 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 Oh. Oh. Hmm. 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 Hmm.